Wenn ich mir die Beine rasiere, ja, also nass, und ich benutze schon die empfindlichen Darmrasierer, trotzdem, zwei, drei Tage danach, das juckt und das brandt, ey, ich kann mich kaum hinsetzen. Ich meine, das muss doch bei euch genauso sein, oder nicht? Wie macht ihr das da? Yaki, hast du nicht einen Kurs oder so? Geh dich mal umziehen. Shit, du hast recht. Bis später. Alter. Ey, ich hab neulich gelesen, dass sich das Sperma in Männern, ja, seit 1973 halbiert hat.